Und ja, was ich auch öfter mal benutzen sollte, ist die Pause-Taste. Ich habe jetzt eine Mana-Regeneration von 5,75. Da ich mal schätzungsweise noch 5 Stufen da drauf packen kann. Ja, ich weiß, ich habe nicht genug Erfahrungspunkte. Ist das ein ganzer... Ja, komme ich auf 7 Mana pro Sekunde. Der Rest wird dann in Mana gehen. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Töten! Ja? Angriff! So. Jetzt kann ich einfach mal Pause benutzen. Das hier auf meine Ritter machen. Na halt. Nur Vögel sind schneller. So. Sagt das Wort. Machen wir es besser. Wir dienen dem Kreis schneller. Ja. Ihr seid zum Meister gekommen. Wen töten? Ihr seid zum Meister gekommen. Was? Natürlich. So, jetzt haben wir das Amulett. Das Gold haben wir schon. Ja. So, jetzt können wir unsere Truppen aufwerten und nachrüsten gehen. Vorwärts. Weniger Truppenhülle. Und dann können wir noch gucken, was hier hinten ist. So versteckt im Abweg. Und wenn wir dann den Drachen haben, können wir wahrscheinlich die Untoten hier am Hafen angreifen. Mit voller Truppenstärke und verbesserten Truppen unter allem. Und einem Drachen-Dämon. Ja, wie gesagt, jetzt geht erstmal das hier höher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht auf 8. Also, Mana kann man auf 800 steigen. Am Führerschaft, glaube ich, auch nur auf 15, wie die militärische Führungskraft. Und das heißt, ja, die Führerschaft dann als nächstes steigern. Wohin gehen? Gut. So. Wir dienen dem Kaiserreich. Kaufen, aufwerten. Aufwerten. Wohin gehen? Aufwerten. Mit Schwert und Ross. Kaufen, sehr teuer. Kaufen. So. Ja. Gehen wir, mein Teurer. Oh. Was? Aufwerten. Was bist du jetzt? Rekrut Anhänger Turians. Ihr seid zum Meister gekommen. Elite Turians. Was? Also Anhänger Turians. Nur Vögel sind schneller. Okay, wir haben jetzt eine Führerschaft von 17. Ja. Okay. Ja. Befreit den Dämon. Hier können wir eh nichts mehr, weil wir nicht genug Führerschaft haben. Ja, Sir. Aber ja, das ist nicht so das Problem. Wir haben vorwärts mehr als genug Gold, um das zu kompensieren, was wir gerade ausgegeben haben. Es ist halt nur am Anfang richtig schwierig, mit dem Goldhaus zu halten. Und ja, etwas später in der Goblin-Mission, die wir zum Glück schon hinter uns haben. Nur Vögel sind schneller. Na ja, mit Paladinen, Schützen, Rittern und zwei bächtigen Magiern. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Ja. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. So, jetzt gucken wir mal hier runter. Was es hier gibt, bevor wir wieder hoch zum Drachen gehen. Ja, ein Abtanker mit Hilfe des Atzonen und Amuletts in ein bewachtes Feld eindringen und den Kristall nehmen, der den Dämon festhält. Ja, das haben wir ja auch vor. Ja. Gehen wir, mein Teurer. Oh, hier hinten liegen jede Menge Schütze rum. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts. Ja, Sir. Wird erledigt. Schon erledigt. Wird erledigt. Zum Angriff. Ein Orks-Schamane. Töten. Mehr Orks-Schamane. Das ist ein Schamane-Hütte. Nur Vögel sind schneller. Ja. Okay. Nur Vögel sind schneller. Ja, Sir. Ja, Sir. Sag das auch. So, dann können wir auch noch das Ganze... Oh, das ist auch wieder ein schöner Schatz hier. Ich tue es. Ich tue es. Machen wir es besser. Machen wir es besser. Ich gehe. Mit Schwert und Ross. Ja. Gut. Machen wir es ja schon durch wieder ein Quick-Safe machen. Vorwärts. Vorwärts. So, und Turian schicken wir hier hoch. Feuer. 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 Und betrachtet es als erledigt. Und betrachtet es als erledigt. Was? Wir gehen. Sag das Wort. Machen wir es besser. Gut. Nehmen wir den Feuerkristall an uns. Welch ein Glück. Dies ist eine Scherbe des Kristalls, auf dessen Suche ich zu euch kam. Ist das wahr? Ich weiß nicht einmal mehr, wie sie in meinen Besitz gelandet ist. Na ja. Da ich in der näheren Zukunft keinen Dämon fangen werde, können sie den Kristall auch gerne nehmen. Ja. Uuaah. Endlich frei. Ich gab euch mein Wort. Also werde ich euch nicht töten, Turian. Aber die Untoten werden nicht davon kommen. Ha ha ha. Ich fühle mich böse. Großartig. Es ist höchste Zeit, gegen Gartok loszuschlagen. Ja. Ich tue es. Jetzt haben wir hier einen Superdämon. Vorwärts. Ja. Und sollen hier den Strand säubern. Angriff der Skelette. Tötet Gartok. Mhm. Zu euren Diensten. Ja. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts. Gehen wir hier erstmal in Stellung. Wie stark bist du? Ein riesiges, halbintelligentes Monster, das jetzt vor kurzer Zeit aus einer anderen Ebene der Existenz gekommen ist. Ah, schwach ist er nicht. Schade. Bereit. Ja. Feuer. Nur Vögel sind schneller. Ja. Was? Ja, Sir. Feuer. So, sicherheitshalber. Vorwärts. Ja, Sir. Das wird nicht so weit latschen müssen. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts. Eure Befehle. Angriff. Was? Machen wir es besser. Ich gehe. Ja. So, der Schreckensmagier ist weg. Jetzt machen wir erstmal die Skennette weg. zu euren Dämonen. Ich tue es. Zu euren Dämonen. Ich tue es. Zu euren Dämonen. Nehmt keine Gefangenen. Wir treffen uns wieder. Du Dämon wirst mir ein weiteres Mal dienen. Nein. Ich werde dich sogar in den Tiefen des Chaos finden. Wohin ist der unsterbliche Herrscher der Welt gegangen? Schließlich habt ihr geschworen, mich zu töten. Es gibt wichtigere Dinge, als möchte gern Zauberer zu erledigen. Ich habe alle Zeit der Welt. Feiert euren Sieg nicht zu früh. Sagt das Wort. Machen wir es besser. Ja, wir haben aber noch nicht gewonnen. Ich tue es. Wir kommen nicht an das Gold da ran. Na doch, wir haben gewonnen. Okay. Dann würde ich mal sagen, ab in die nächste Mission. Immer noch gleichwertiger. Schmiede der Zwerge. Irgendwo tief in den Goblinbergen. Nun, da alle drei Artefakteile des Artefacts gefunden wurden, ist die Zeit gekommen, es wieder zusammenzufügen. Aber dies kann nur an einem einzigen Ort geschehen. In der uralten Schmiede der Zwerge. Aber wie Schmiede der Zwerge. Ich sehe, wie Chmiede der Zwerge und die Zwerge. Wie war es von woanders Name.